Hallo und moin nach Sylt. Haben Sie in Corona-Zeiten auch feste Rituale? Morgens, mittags oder abends? In der Woche oder am Wochenende? Ich bin gerne zu Fuß unterwegs und habe so meine Heimat und meinen Wohnort Waltrop in NRW neu entdeckt. Ich bin in den letzten Wochen viele Wege gelaufen, durch Felder, Wälder, an Wasserlinien vorbei und das hier im Ruhrpott. Gar nicht weit von zu Hause und doch wunderschön. Kleine Augenblicke, die das Herz erfreuen. Schöne Momente, die neue Kraft geben. Heute war ich mit einer Kollegin und ihrem Hund auf zwei renaturierten Kohlehalden unterwegs. Ein wunderschöner Blick, auch wenn heute leider die Sonne nicht schien. Eine kleine Pause in ungewohnten Zeiten, die uns doch so viel Geduld und Kraft abverlangt, aber auch durch das Vertrauen Gottes geprägt ist. Gott begleitet uns, er lässt uns nicht los. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich, so steht es schon im Psalm 139. Eine beruhigende Zusage, die neue Hoffnung und neuen Mut gibt. Ein Gefühl von Geborgenheit und Nähe, was wir in den aktuellen Zeiten doch so sehr brauchen. Haben Sie auch solche Rituale, die Sie durch die Corona-Zeit begleiten? Schöne Gewohnheiten, die vom Alltäglichen ein bisschen ablenken und neue Kraft geben? Ein Lichtblick, so wie ich es Ihnen wünsche. Meinen Lichtblick beende ich stets mit einem leckeren Stück Kuchen aus meiner Lieblingsbäckerei und dazu einen Pott Kaffee. Das gibt mir neue Kraft und Energie. Ich wünsche auch Ihnen solche Rituale, die Sie durch die Corona-Zeit begleiten. Bleiben Sie gesund und von Gott behütet. Geborgenheit, die Sie durch die Corona-Zeit begleiten, die Sie durch die Corona-Zeit begleiten.